Hallihallo, willkommen zu meiner neuen Serie und zwar über Software-Design-Patterns und Anti-Patterns. Zunächst mal die offensichtlichste Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, was sind eigentlich Design-Pattern in der Softwareentwicklung? So ein Design-Pattern beschreibt einen relativ abstrakten Teil von eurem Source-Code. Das kann zum Beispiel eine Klasse sein, können auch ein paar Funktionen sein, ein paar Methoden, aber meistens beschreibt das eine ganze Klasse und beschreibt, wie diese Klasse denn funktioniert. Vorsicht, das beschreibt nicht, was die Klasse macht, sondern wie sie das macht, was auch immer das ist. Solche Design-Patterns haben in der Regel Namen und das sorgt dafür, dass wenn sich unterschiedliche Programmierer miteinander unterhalten, sie sehr, sehr schnell einander kommunizieren können, was denn diese Klasse hier in dem Moment macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch sage, okay, diese Klasse, die ist ein Singleton oder das ist eine Factory und ihr wisst, was das bedeutet, dann habt ihr sehr, sehr schnell innerhalb von nur einem Wort oder vielleicht auch mal zwei Worten einen groben Überblick über diese Klasse, wie die sich verhält. Aber neben dieser Kommunikationsmöglichkeit bieten Design-Patterns, gute Design-Patterns auch noch andere Vorteile. Das erste ist, dass sie in der Regel verständlicher sind. Das heißt, wenn man sich neu in den Code einarbeiten muss oder nach langer Zeit, wenn man diesen Code lange Zeit nicht angefasst hat, muss man sich auch meistens wieder neu einarbeiten. Das geht dann schneller, ihr seid schneller wieder drin und dadurch könnt ihr auch diesen Code länger wieder warten und leichter warten. Und wenn ihr euch dann an solche guten Design-Patterns haltet, müsst ihr häufig keine Angst haben, dass sich irgendwas, wenn ihr an einer Schraube in eurem Programm dreht, was komplett woanders irgendwie plötzlich kaputt geht. Und da die meisten dieser Design-Patterns nichts Neues sind, die gibt es seit den 90er Jahren oder so, haben die ihre Funktionsweise auch schon sehr, sehr häufig unter Beweis gestellt. Es gibt über die meisten Design-Patterns riesengroße Dokumente, wo man sie einsetzen kann und wo nicht. Also das ist alles bekannt, kann man nachlesen. Oder eben YouTube-Videos gucken, wie ihr es gerade natürlich macht. Neben solchen guten Design-Patterns gibt es aber auch die sogenannten Anti-Pattern. Darum wird es auch gehen in dieser Serie. Und das sind Beispiele für, wie man es eigentlich nicht machen sollte, aber trotzdem stolpern sehr, sehr häufig Programmierer in diese Anti-Pattern wieder rein. Und dann kann man auch eventuell, je nachdem, was es für ein Anti-Pattern ist, beschreiben, wie man aus diesem Anti-Pattern wieder herauskommt. Oder mindestens was schlecht an diesem Anti-Pattern ist. Und da komme ich jetzt auch schon direkt zu dem wohl mit Abstand in der Praxis häufigsten eingesetzten Design-Pattern. Das ist ein Anti-Pattern, nämlich den sogenannten Big Ball of Mud, also großen Ball aus Schlamm. Das Anti-Pattern hier beschreibt, dass im Prinzip keine Design-Patterns verwendet werden. Irgendwie ruft sich jede Funktion in der ganzen Codebase gegenseitig auf. Alles läuft kreuz und quer. Es gibt globale Variablen, die von Funktionen manipuliert werden. Es gibt Seiteneffekte, das sollte ich vielleicht kurz definieren, was meine ich mit Seiteneffekte. Das Schönste wäre, wenn wir eine Funktion mit denselben Parametern zweimal aufrufen, dann passiert dasselbe. Das macht ein Programm unheimlich durchsichtig, unheimlich verständlich. In der Praxis geht das nicht immer, aber das ist so ein Ziel, wo man vielleicht bestrebt ist, hinzugehen. Wenn eine Funktion aber, wenn man sie das zweite Mal aufruft, was plötzlich anderes macht, dann sind das sogenannte Seiteneffekte. Und das kann man natürlich, wenn man globale Variablen, die über das gesamte Programm gelten, kann man das ziemlich auf die Spitze treiben. Und dadurch dann überhaupt nicht mehr verständlich machen, die gesamte Codebase. Ein anderer Name für diesen Big Ball of Mud ist häufig auch Spaghetti-Code. Und damit ihr jetzt lernt, wie ihr euren Code ein bisschen weniger schlammig macht, ein bisschen weniger Spaghetti-haft, darum soll es hier gehen in dieser Serie. Es wird in jeder Episode entweder ein gutes Design-Pattern vorgestellt oder ein Anti-Pattern. Und da jetzt auch erstmal ein bisschen eine Warnung, denn ab hier, Vorsicht, kommen Meinungen. Das Ganze ist ziemlich subjektiv, vor allem die Einschätzung, was gut und was schlecht ist an so einem Design-Pattern. Dass die Beschreibung, wie so ein Design-Pattern aufgebaut ist, die ist noch relativ objektiv, aber alles, was darüber hinaus geht, mit Vorsicht genießen. Aus eurer Sicht bin ich auch nur einfach irgendein Typ aus dem Internet, der offensichtlich gerne Brot bricht. Aber ja, einfach mal ein bisschen Vorsicht genießen. Es gibt da auch andere Meinungen dazu. Und deswegen möchte ich euch jetzt hier explizit dazu einladen, dass ihr bei den unterschiedlichen Episoden in den Kommentaren euch miteinander unterhaltet. Hey, wo stimme ich ihm zu? Was finde ich ist anders? Wo redet dieser YouTuber hier gerade meiner Meinung nach Quatsch? Das ist sehr, sehr gerne gesehen. Also auch konstruktive Kritik. Gut, das wäre es dann soweit zu dieser kleinen Einführungsepisode. In der nächsten Episode geht es dann los mit einem Design-Pattern. Bis zum nächsten Mal.